Weniger Steppen mehr kämpfen, jaja. Er ist Schlag gewonnen, auch in die Zweite. Geckenschlag! Scheiß Tank, ey. Down. Natürlich weiß ich immer nicht, in welchem Universum du gerade bist. Scheiß Tank. Achso. Ja, was soll ich sagen, ne? Fehl dich mit ab. Bisschen Heating Range? Ja. Uh, noch ein bisschen hinaus. Ja, sicher. Okay Krieger dann. Wir haben eine Todesrebe. Oh. Nein, sieh. Ich will leben noch. Keine Ahnung mehr. Wirklich am Ende aller Kraftes gewesen. Ist okay. Okay. No. Ja, was du? Vorsprung ergaunert. Ergaunert? Du kriegst doch mit Absicht so viel Damage. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ah. Hier we go again. Ja, stimmt. Ich habe das Schmerz. Ja, stimmt. Ich werde diesen Rogue hinter mir kaputt machen. So, jetzt gerade ein ziemlicher Scheideweg, wir müssen stürmisch veratmend. Dann kriege ich das nicht. Ich muss die Hot-Sat, die Dot-Sat weggehen. Wo bist du gerade? Alter, ist gut. Oh shit! Ja, unsere Kompagnons da hin, da hin, ja, sterben immer sich. Ja, hab ich nur ein bisschen mehr gehiet. Hm. Hm. Asula, ich rede dich! Asula, nein! Ich glaube, ich bin da. Ich bin da. Tschüss, ich bin da. Tschüss. 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 Nein, mein Ami, Emperly. Also im Slashen wir natürlich nicht. Mh, sagen wir in Hin und Her. Ich würde sagen, ich mag Arati noch lieber. Ja. Das ist mein Lieblingsvergoon, Arati. Da kann ich mich anstehen. Weil ich vom Design her Kriegshemmenschloch auch richtig geil finde. Ich bin da einfach gerne, weißt du. Ich muss sagen, ich hab das Gefühl, bei Kriegshemmenschloch wird noch mehr gekämpft. Also gekämpft in so einem geistigen Sinne, weil das ist so krass einfach. Ja. Komm schon. Ich war einfach so, guck mal Scooby, so, komm, weg. Ich hab ein 6-Grad-Grip gekriegt, jedenfalls nicht. Boah, jetzt haben die mehr. Oh shit. Boah. 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 Boah, wir müssen die Flagge holen, oder sowas. Machen wir. Brauchen wir noch 15 Sekunden. Okay, bis dahin ist es vielleicht schon vorbei. Man muss sagen, das System war voll auf Hortlerweise hier. Ähm. Was, wir noch in Führung waren, ganz leicht stand da. Als Endergebnis 1600, 1600. Jetzt haben die ein ganz bisschen mehr, steht bei uns nicht mehr 1600, sondern 1904, äh 1514. ich wollte gerade sagen könnte wo ist das Problem aber wir müssen hier durchreiten die Flange wird abgegeben dann ist es dann ist es vorbei wenn wir hier unseren Tod finden und nur unseren Tod denn das kann nicht sterben was nicht lebt 8DS 1500 oh was für ein blöder Rechenfehler oh nein oh nein ja jetzt jetzt hat es die Prophezeiung bewahrheit wenn wir jetzt noch die Flamme wieso Epic Fail das war doch nicht ein Epic Fail die Leute immer mit ihrem Epic und lololololol Aktion Aktion jetzt hier eine Fragezeiung Doide deswegen mache ich jetzt immer hier zu viel geschlacht fällt weil ich habe nichts dagegen weil es wenn auch mal Kriegsliminflucht kommt ich sage dann so ey Kriegsliminflucht ist okay aber wir müssen uns auch ein bisschen abhärten glaube ich für Combine of Heroes wahrscheinlich ist Combine of Heroes ein Spiel wo man sehr starke Selbstreflexion braucht ja und sehr gefrustet ist sehr gefrustet ist ja deswegen habe ich hier noch eine Tüte von diesen Tide Ships noch eine Tüte komme auch aufgemacht ja ich weiß doch die magst du so gerne und dann kann ich wieder mein Hirn wegblasen wenn es sein muss so wir schauen was essen ist gut fürs Gehirn ja weil es weggefetzt wird und dann wieder noch aufgebaut wird das stimmt so ähm hast du diese Batterieladequests hier falls du Astralithiomatrixkristalle meinst brauche ich noch drei ne meine ich nicht das so ist schade die habe ich vorher aber ist egal ähm ist okay ich würde sagen wir machen dann gleich das letzte Quest und versuchen dann nochmal in diese Kuppel da zu gehen also in diese eine machen gleich das letzte Quest letzte Quest mit Skugel und Kohle welches brauchst du denn jetzt noch ja ich brauche nur ein Schieferhautschiefer ich auch einen noch und zwei Astralithiomatrixkristalle ja dann jetzt hol die dir ja wenn du ich mir zugehört hättest weil du hast ja nicht gesagt hatte ich vorher sieben jetzt hab ich neun das heißt ich habe Arbeitskraft aufgewandelt aufgewandelt gewonnen und sogar noch ein noch ein Damage ging ähm so was nennt sich denn ähm gott des strafes gewillt oder Jillian schuf 85 Droide Resto nicht Resto das andere Retro ah Feral zu der Bank hier ich brauche Taschen verkaufen bitte Taschen ich hab mich in so einem Graben verlaufen man kann zwei Taschen rausnehmen als wenn ich das mit unserer Gilde vergleiche ja wir haben ne Gilde auf heute seit da hab ich immer halt die 22 Slotdinger drin oder sinds 24 ne 22 hm soll ich mit 8 Slotbehältern kann ich mir auch gleich beide Hände zusammenbinden und dreimal ein Hula Hoop reifen da gibts denn Auktion sowas gibts denn Auktion oh zuviel geschlacht oh vielleicht hab ich dieses Schieferhaut hab ich nicht oh guck mal das wird dich freuen für uns gewählt oh ich könnte so kotzen aber ich bin abgehärt nein ich will mich abhärten deswegen denke ich nicht daran wie scheiße fucking dumm dieser Battleground ist sondern ich denke mir okay wir müssen diese zwei Tore und so lange wie möglich verteidigen damit wir eine Chance haben schneller zu cap'n als die ja das sind so meine Gedanken ähm also ich möchte bitte anmerken ich finde denselben Goal nicht so scheiße aber auch nicht so gut ich finde ihn geil aber nicht so ganz geil triffts nicht ich finde die alle nicht schlecht so guck mal da könntest du es vielleicht noch stärker relativieren hm weil ich finde es ganz geil dass mal ein tropischer Battleground ist ja kommst du? ich komm ja geht schon los? kommen die schon? ne doch ich sehe dir das Schiff mach dich gefasst bereit mach drei von Gillette ne Gillette Power Fusion hm ich hatte mir mal nicht den Fusion sondern den davor wie hieß der doch gleich das ist ja grün ne ähm Toxic Snake ist schon so ähnlich okay gefährt verlangsamt und zum Abschluss bereit und gefährt bin ich zweimal gefährt sterben natürlich auch alle ich dass aider die som k